Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Notruf Hamburg mit einer ganz speziellen Vision. Einen Abonnenten von mir. Ich würde sagen, los geht's. Er begrüsst euch auch ganz nett. Wir fahren heute mit der Polizei. Wir sind heute im Polizeidienst. Als die Polizatta dann noch ein Update bekommt. Zum Beispiel hier ist ein Funkgerät. Das ist cool gemacht. Und man hat jetzt Sterne an der Seite. Das war aber früher so. Gold ist der höchste Rang. Es gibt vier goldene Sterne. Wir fahren mit der G-Klasse. Habe ich nicht einmal freigeschalten gehabt. Okay, Einsatz. Bank. Ups. Ich wollte... Bank. Hä? Jetzt Bank. Hä? Oha, G. Ah, er meint die G-Klasse. Ich bin jetzt nicht der beste Fahrer. So, fahren wir da hin. Schnell. Ja, ja, ich geb' ja schon Gas. Ach, ein anderer Einsatz. Ah, eine benötigte Unterstützung. Der soll sich bisschen beeilen. Ah, die Feuerwehr hat... Da drüben ist was. Wegen der Feuerwehr. Wohin soll ihm... Wir schreiben ihn mal. Es gibt grad keinen Einsatz. Gib' mir mal ein bisschen Gas. ADAC. Wenn der ADAC arbeiten will, dann müssen wir uns abmelden. Also, ich spiel' oft im ADAC ist... Ich lade ein Einsatz. Ups. Ein-Satz. Gepack mal auf die Seite. Ich lade mal, was er will. Ist bei... ADAC ein... Egal, wir fahren's einfach mal Richtung ADAC. Schauen wir mal, was er da meint. Vielleicht ist da auch irgendein Vorfall. Ich spiel' gern mit euch, mit Zuschauern. Ich hab' schon mit zwei oder... Ja, mit dem und mit dem Maxi gespielt. Ich spiel' gern mit euch allen. Okay, dann pass' zum ADAC. Soll' ich... Was mach' ich? Ich frage ihn... Ah, davon ist ADAC. Ich versteh' nicht genau, was er mit ADAC meint. Will er da jetzt arbeiten? Oder... Will er... Will er... Was will er da genau? Kurz einparken. Ich schau' kommen. Ja, egal. Ich park' auch. Ah! 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 Okay. Notruf. Da ist ein verletzte Person. Ah! Die ist runtergeflogen. Ähm, er sperrt genau ab. Also... Ah! Hier ist ein Notruf. Der Notruf wurde hier gesagt, oder? Ja. Notruf. Aber das ist nicht von denen. Da ist auch die G-Klasse von der Feuerwehr. Sieht sogar cool aus. Einmal die G-Klasse von der Polizei und der Feuerwehr. Unterstützung braucht jemand. Und... Komm. Achso, schnell einsatz, komm. Ja. Ich kann nie ein... Satz. Einsatz. Wow, ich kann das nicht. Ist ja egal. Ey, was macht dieser Feuerwehrmann da oben? Ah! 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 Ich fahr' jetzt mal ohne Sirene. Ja, okay. Er soll sich beruhigen. Wir geben jetzt mal Gas. Mit der G-Klasse. Der Notfall ist da, zu ihm ist es da bei der Hauptstraße nach. Ist bei der... Wie heißt es nochmal? Äh... Geht beim Knast? Nein! Oh mein Gott. Irgendein Notruf. Ja, okay. Wir rücken zum Notruf ein. Der Notruf ist was eigentlich wichtiger. Er hat Unterstützung. Obwohl... Beides kann gleich wichtig sein. Ist der? Wartet! Warte, warte, warte. Ist da gerade etwas explodiert? Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich nehme jetzt auch mal die Glocke. Ich bin mir nicht sicher, ob hier was ist. Ist... Ja, da ist jemand! Da ist jemand! Ich fordere es mal... Hammer, 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 Hammer! Ey! Kev Blocks. Das ist er, den kenn' ich. Gut, hab' ich erschossen. Der ist nicht gewornt. Ey! 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 so heilen bitte wo ist mein taser nein nein ja er hat einen taser gut ein kommentarien beantwortet ganz klar okay jetzt halt er geht schon mal mit der hand er soll es langsam sich beeilen ich glaube mein kollege bekommt ihn nein ich glaube er soll uns an wagen einsteigen nein 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 der fahrt nirgendwo hin nein nein okay schnell in der wagen rein mit dir nur wo ich entlang fahnd geradeaus oder rechts wo ist er er was tut er es leckt gerade bisschen weil es so viele sind was tut er woher kommt er ist ein polizist alter äh wo ist er hin rote wie du wundet hi hi das ist ein grüppiger kann sein aber egal was ist okay äh egal polizist ok ok wenn man notruf polizist wurde niedergeschossen äh das soll dich jetzt alles der rote vito 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 hammer hammer ok wir rücken da jetzt hinterher stop the car oh ne achtung achtung schusswaffe noob nein nein hammer sehr gut leute brauchen rtw so rettungswagen ist unterwegs der spürt überall gefühlt ab not als ist unterwegs sechs he 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 es soll keine bluttransfusion geben es soll in infusion ja dann will ich sofort ein taser vom kollegen abbekommen haben jetzt tasern gut stabil leute gut kollege hat den hammer selber andere seite anpasst gut haben junge 1 des leitungs von der feuerwehr das alles spielt auch verrückt was gibt es zu witzig vielleicht schaffen wir das durch ja sogar 1a naja fast 1a so zack in perfekt gepackt wo ist denn der hier gut äh festnehmen jetzt haben wir ihn wir sind da drückt ey susan kollege rein hier sehr gut äh wie soll man herkommen wir beenden das video eh was ok verabschiede dich so leute ich würde sagen tschüss ich würde sagen das war es mit dem video bis zum nächsten mal ich hoffe es hat euch gefallen und ja dann wünsche ich auch noch einen schönen und erholsamen tag tschüss